Ja, du musst eigentlich einen MLG-Move machen. Ey, Digger! Ich seh die jedes Mal nicht überall. Die spielen so krass, man. Die sind echt gut. Vielleicht hab ich den. Ja, man. Oh, das ist die Füße. Das ist die Füße. Lass zu dir kommen. Nimm die Pump. Glaub mir. Nimm die Pump. Ich fühle mit dir. Glaub mir, nimm die Pump. Ich kann jetzt hinter dir kommen. Junge, wenn du an Gott kommst, dann nimm die Pump! Eine ist hinter dir. Call ich jetzt. Was? Nimm die Pump! Alles? Einen ist runter. Wenn es Pump gibt. Bitte. Ne, Nimm die Ecke! Geh rechts in die Ecke! Was ist denn der im Pumpto? Leg dich hin! Hinlegen und Pumpto! Ja! Pumpto! Juhu! 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 Das könnte ich gar nicht vergessen! Juhu! Jetzt kann ich erstmal auf dem Map! Ist das hier drin? Juhu! Ah, die Fokzen! Juhu! Oh die ist draußen! Oh, die ist draußen! Juhu! Juhuu! Juhu! Die weg! Juhu! Come help me! Hey Frost, help me, help me! Das war ein Gangbang! Boah, was heißt, wie der sich gefühlt hat? Der wird nicht von einem, sondern einfach von einem! Von drei! Von drei, Digga! So, nicht mal von... So wenige als Hälfte des Teams, sondern... Mehrzahl des Teams einfach! Ja, ich bin down, Alter! Jemand muss mich holen! Ja, ich hab die Fotze sogar geholt! Was ist hier, der Dr. Knick hier? Boah, ich bin hier! Hm? Hm? WSZFZFZFZFZF! Zang mir nur... Ja! Schuhe ist alles gut! Schuhe! Achso, der hat auch gelebt, lol. Ich hab's gar nicht gekauft. Ich hab ihn nur eins. Party Bruder. Party Bruder! Wenn ich frage, hast du einen BWC? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich kann die Frage leider nicht beantworten. Hast du es oder nicht? Das ist einfach eine Frage. Ich verrede auf diese Frage nicht. Eingehen? Wie hat er noch so einen BWC? Ich werde auf diese Frage nicht eingehen. Also habt ihr keinen? Doch, ich hab einen. Hast du einen? Ich werde auf diese Frage nicht eingehen. Doch, du hast gerade gesagt, du hast einen. Nein, hab ich nicht. Hast du einen? BWC, sag jetzt. Ja oder nein? Ja, ruhig. Automatische Antwort ist nein. Also sagt, falls ihr ein Ja habt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, ihr habt einen kleinen. Ihr habt es gerade zugegeben. Weil BWC steht für Big White Cock. Okay. Danke. Oder du bist. Ja, hinterher. Intergestion! Oh mein Gott, nein! Ja, lass mich in der Ruhe. Was ist das wie eine Scheiße? Verdient einfach nur. Ich hab ihn einfach recht schnell reingeschrieben. Oh, der einer ist voller Scheiße. Bruder! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das riecht Nordkorea, Digga. Oh mein Gott. Ich guck zum Job an. Teilweise. Ob die reinjumpen. Wie hast du da oben schon gekillt? Ich hab ihn irgendwie erst verletzt. Ich hab ihn irgendwie erst verletzt. Ich hab die Wand geschossen und ist er gestorben. Ich weiß nicht. Ich hab ihn geschossen. Warte mal rein aimen. Man weiß, dass es die Glaser ist. Ich hab ihn mal aufgenommen. Da bin ich nicht. Ich hab ihn nicht durchgefunden. Vorne da. Mein Gott ist ein tolles Tor. Ah, ein tolles Team. Ein tolles Team. Ich glaube, dass ihr nicht ein Noobs sind. Was ist denn das? Ich habe gesagt, Kitchen Best. Kitchen is very best Kitchen Let's go upstairs Lass uns mal Kamin gehen Lass wir mal dahin gehen, wo die nicht hin gehen wollen Ok komm Kaminsaal? Ja Da kommt der Switch auf Kaminsaal Where are you from? Germany Aaaah Dicke Kartoffel ist alle halt Kaminsaal 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 Dicke Titten und Kartoffelsalat Sag das nochmal bitte Dicke Titten und Kartoffelsalat Dicke Titten und Kartoffelsalat Oder machen wir jetzt den Troll Und gehen nicht hoch Ja und gehen wir dann hoch um zu gewinnen Oder wohin Kitchen Ja Kitchen Ich kann doch mal ein dummes Maul halten A Kitchen We have to go to Kitchen No! Bar! 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 WTF Okay leser so 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 It's very good in the library I will kill you now No No! In Lidl Nasi Oh no why you die Oh no why you die Cut in the mouth halt Ech Don't cry WTF Please don't die if you die we lose You dead so please shut up WTF 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 american by Fair So Ich bin so schlecht. Fuckin' move. Go kitchen next time we win, easy. Yeah, kitchen, kitchen beast. Fuck you! Don't try. Bistop, it's not good for your heart. Fuck you. Bei mir. Im Gang außen ist er. Bandit. Der ist irgendwo hinten. Ist das dein Ernst? Da hast du Dennis... Warum kommst du mir eine, Digga? Der ist drin. Der ist drin. Ness, 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 ness. Der hat nichts geschossen, der Bandit. Fick dich du Spasti, da hat gar keiner geschossen. Aber nein, das hätte er aber angezeigt. Das hätte er aber angezeigt. Nein, das kommt nur, wenn du jemanden killst. Nein, das kommt auch bei oben. Nee, das kommt, wenn du auch zuviel Damage machst. Du hast mich grad einfach rücken geballert. Ich dachte erst mal, ich mach's mal. Hast du grad gesagt, das hast du gar nicht. Weiß ich auch gar nicht. Digga, all Z. Ja, mach doch. Ich hab mir dann zugeguckt, da hat er auch einen Schott bekommen. Ja, aber das war ja nicht ich. Das warst du, da war doch gar keiner. Aber das war von hinten und du warst in der Richtung. Nee, weil wir uns jetzt gerade nach voll gedreht und hat da irgendwie in der Seite gekriegt. Ach, bitteschön. Warte mal, ich guck erst mal. Oh, da sind zwei Stück dahinter, die verpisst du dich. Einer links, einer rechts. Oh, da ist recht so einer. Der ist ganz schlecht nur angedeppert, aber. Nice. Oh, nice. Der hat noch einen gefangen. Der hat noch einen gefangen, alter. Ja, was willst du mir jetzt erzählen, Teepacke? Du alte, du alte, äh, verschimmelte Gurke, du. Der liegt dort irgendwo. Der liegt dort irgendwo. Er hat uns ein bisschen Zeit in Zeit. Oh, nice. Oh, du alter Lust, Mais. Da ist er, da ist er, da ist er. Jawohl. Alter, du alter Lust. Nein, Springer, der erste war ich nicht gelaufen. Ich hab sie aufgehalten. Legt euch hin. Einer ist mit dem Auto. Jetzt haben die halt nur so ein Mirror-Lock, glaub ich, in den Sinn einmal. Der war ekelhaft, ja. Und anstatt jetzt komplett, dass die offen ist, hab ich halt das Ding platziert. Ja, nimm scheiß auf die Kreppen. Ja, was ist'n das, alter? Warum campt ihr zu viert auf einem? Komm, wir nicht. Ich verteidige, ich verteidige dich wie so ein Mann, alter. Ein Squad, alter. Du hast das Verteidigung, das schon eingenommen wurde. Der sagt im Maul. Bei dir war gar kein Gegner. Mein Squad. Ich hab was mit der eigentlich wohl. Ach, leck mich im Arsch. Bei mir sind so viele. Bei mir sind drei Stück. Und noch mehr drin, Dennis. Boah, nice one. Alter, wieviel kommen sogar scheiße Russen in Rainbow, alter. Wo ist der Wichser? Bei Dennis und Camp. Okay, ich bin so ein Master, einfach mit der entgegen. Ich bin so ein Master, einfach mit der entgegen. In Südach, ja. Ich hab eigentlich einfach nur in den Kopf bekommen. Ich spiel Fletch. Kannst aber auch Südach gehen. Boah, das ist geil. Ich spiel eigentlich nur in Teller. Was denn? So... Echt... Keine Ahnung was das ist, Digga. Kartoffeln? Was ist das? Kartoffeln? Brokkoli? Kartoffeln? Brokkoli? Mais? Und dann... Noch mehr? Und dann noch so ne geile Soße, Digga. Schmeckt voll, ne? Ja, das war wunderbar. Ja, irgendwie mit der Soße schmeckt das echt okay so. Ja, klar! Ja, klar, Alter! Weißt du, immer ich... Oh Gott, ich hab noch das Kabel gemacht. Ich hab mich nicht geholt, Alter. Ich bin ein Tier. Alter, jetzt mach mich zu flach. Hört doch auf, wenn sie futzen! Guck ich nicht, Digga. Guck ich nicht, Digga. Guck ich nicht, Digga. Hm. Von oben. Ja, komm! Weißt du... Ich weiß, aber du hast mich auch in der App gesafe. Warum picken die alle, Digga? Ja. Ich lag voll. Ja. Extern. Extern ist weg dann. Da steh ich schon. Bro, du hast mich grad so getraut. Du hast mich grad... Oh mein Gott, Digga. Dennis rett bei mir, also vor der Visier durch. Dann pick die gerade. Dann kann ich nämlich nicht laufen, weil Dennis grad vorbeiläuft. Äh, Digga, Deckel! Oh mein Gott. Michael ist hier. Das ist sicher. Ich weiß nicht, wo. Ich denke, du bist auf der Flüge. Oh mein Gott. Jetzt hat er verdient der U an woher sich. Was? Vielleicht ich plantee? Was? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ja bitteschön Oh ich bin so tot, Egal ihr müsst gucken ich hab extra an die an das Fenster geplantet Ja bleib beim Fen- da ist da noch einer! Da ist links links! Boah! Da ist einer! Einfach nicht die Füßen lassen! Keine Zeit mehr! Wer kommt rein? Nice! Ich gehe gleich eliminiert! Digger, ihr könnt mir sagen was ihr wollt! Das war grad einfach nur ein MVP-Play von mir Digger! So dass dann mein Kommentar zu der Runde befängt! Ash, Firmite, Castle oder Pulse? Und wir wollen hier weghauen? Wir gehen weg! Was für Fetcher, Digger! Hör auf mit solchen Schwuchtelaktionen! Mit Fetcher, Alter! Ok, Fetcher! Hör auf, Alter! Alter, du, Mann! Er hat richtig... Er hat richtig... Er hat richtig lebensmüde! Den Trager hat er gemacht! Das sind wieder irgendwelche Faggots bei uns im Team, die sich denken, öh, komm, wir bannen Fetcher! Öh! Und dann bist du selber als Angreifer und denkst dir, fuck, Mann! Warum konnte man keinen Fetcher ficken, Alter? Ah, Mann! BG's Rammel-Fekt! Was denn was da was ist denn? Was denn was da was? Oh, ist da einer? Ah, da ist einer! Der ist einer, na der war der! Oh, ah! Oh, nein! Alter, go, 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 go! Go 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 go-go, ohohohohoH ist's toll Fillon der viens Strokes Alter hast du dich sonst losgelegt aus dem Fenster? Alter, schon mal Boah was? Alter, wie hab ich die denn bitte geholt gerade? Ist doch einfach ein Dock. Er hat einfach das getan. Hier, das läuft ja richtig, weil ich hier gerade schweb. Ich hab einfach kein Bock mehr um nichts zu sein. Ich download gerade schon ein Overwatch-Update einfach. Hast du den Rank echt nur Kills? Ja! Wurde irgendwas geändert? Wurde Bandit genervt? Kann sein, Digga, wer weiß. Trotzdem muss man ja... Patchnodes... Patchnodes... Rainbow. Melusi wurde gebalanced. Also die Zone ist um 2 Meter sogar runter gegangen, oder was? Und fuck. Ach scheiße, jetzt steu. Äh... Kaffee... Kü... Ne, Echo... Wurde... Behoben. Be... Behoben. Bug aber alles eigentlich nur... Alter, ich hab gerade einen Furz gelassen, Digga, der ist so richtig warm, ey. Kennt ihr das, wenn ein Furz warm ist? Ja, Digga. Kann ja nicht einfach sterben gehen, Digga. Ne, so ein warmer Furz, da kann man immer so fast abnehmen. Wenn man Chili gepreist hat, oder so ein Scheiß, und man furzt, dass das Arsch doch brennt. Warum ist das so eigentlich? Weil das Chili unten rauskommen. Ja. Wie geht's das in der wissenschaftlichen Beitrag, oder was? Ja, weil das einfach viel zu scharf ist. Zu scharf für dein Gemüt. Du hast dann halt so scharf gegessen, dass die Schärfe halt nicht komplett im Magen, äh, abgebaut werden konnte. Du hast dann halt so scharf gegessen, dass die Schärfe halt nicht komplett im Magen, äh, abgebaut werden konnte. Hast du! Pushy, time, time, time! Pushy, pushy. Go, time, time, time! F*** it! Oh mein Gott! Go! Fass! Go, go, go! Oh, Jesus! Yeaaaah. Yeeeé, boi! Oh, je boi! Oh, Schlauch b****. F***, au. F*** a**. Hahahaha. Dei hat sich nur gut ins til. Ge*** an e**rad, b****. Ah, S***. Nice. Tschüss. Ich bin gerade noch mal am Start geschrieben. Ja, Mann.